Hallo zu Michael von Bau und Bau-Simonator 2015 Deluxe Edition und wir müssen hier mal wieder Beton gießen. Hmmmm... ... Ach, dieses... da flimmert aber mit heute habe ich keine lust effektiv zu arbeiten machen wir einfach mal ich ist ich 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 Nein, wollen wir nicht. Okay, okay. 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 Baustopf in der Stadt mal wieder. So, wie viel? Dann partieren. Dann partieren. Großer Generator. Oh Gott, nein, das ist doch... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. 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 Ah, ja. Ach ja, ist das so ein... Naja Oh ja Sind das noch viele Punkte Oh, Füsten, hm No 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 Ah, Statistiken Seit fast zwei Tagen bin ich das Läuft das Let's Play schon So So Aussteigen Festmachen Einsteigen Setzen So Bin froh, wenn wir Das mal fertig haben Ich kaufe demnächst arbeite ich nicht mal für das Geld, sondern gucke was am meisten XP bringt Welcher Aufträge So So Langsam bin ich auch mal hier zu Ende kommen Mit dem 20 Level Ab 20 zu Level So 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 flitt Ach, dein Tom. Dann wollen wir noch das gießen und dann ist die Folge auch wieder zu Ende. Oh mein Gott. Really? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Topflug. Oh mein Gott. 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 So, Oh... Ich würde schon mal... Uiuiuiui... Da war viel dazu lange mit dem Abschnitt zu berechnen... Ja... Ich würde schon mal auf dem 20... Ja... 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 Nein... Ja... 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 oh Machen wir die Kiste mal vor. Machen wir die Kiste mal vor. Machen wir die Kiste mal vor. Neue Ausschreibungen sind dazu verfügbar. Und zwar. 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 Ich glaube, das kann ich jetzt auf den kleinen Pritschenwagen wieder absetzen hier, weil wir brauchen die Kübel nicht mehr. So, und damit sage ich dann Tschüss, bis zum nächsten Mal.